Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 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 ganz gut. Ich habe jetzt mal so alles beendet, was man so angefangen hat. Ich bin immerhin schon stolz auf mich, dass ich süße, zarte 15 Mounds habe. 15 Pferdchen. Da bin ich sehr, sehr stolz drauf. Obwohl es eigentlich nichts ist. Im Vergleich zu dem, was es alles gibt. Ich glaube, ich habe mir bisher nur zwei Sachen, zwei Reiztiere aus dem Shop geholt. Und das eine ist, glaube ich, schon Jahre alt. Ich glaube, ich habe vor ein oder zwei Jahren mal geholt. Drei? Können nur drei sein. Wo ist dieser von meiner Seite drin? Circa 230 Stunden in Fallout 4. Ich habe es noch nie durchgespielt. Das ist wie ich mit meinen 500 oder 600 Stunden auf der PS3 bei Skyrim. Und ich habe es auch noch nie durchgespielt. Laut Komplettlösung, glaube ich, bis zum dritten Akt. Weiter kam ich nicht. Weil ich irgendwie immer wieder von vorne angefangen habe. Pass auf nicht. Irgendwie. Naja. Ein Huhu zurück und eine wunderschöne guten Abend wünsche ich dir. Mach es dir bequem. Ich habe es noch gar nicht angefangen. Du, auch nicht schlimm. Auch nicht schlimm. Es gibt bei mir auch noch so viele Spiele, die ich noch nicht angefangen habe. Ich bin froh, dass ich dieses Jahr die Witcher-Reihe komplett beendet habe. Also Teil 1, 2 und 3. Da starten wir jetzt im Dezember den zweiten Run. Wobei Witcher 1 ist für mich der vierte. Witcher 1 habe ich schon sehr, sehr oft gespielt. Skyrim ist nicht so meins. Ich finde die Welt nicht so toll. Und da der hellere dringende Mod irgendwie nicht mehr geht. Sehr uninteressant. Also Skyrim musste ich mir irgendwann auch, sag ich jetzt mal, modden. Also die Welt so an sich ist eigentlich echt cool. Ich fand es halt irgendwann nur sehr trist. Gut, und ich musste mir die Spinnen rausmodden. Ich habe eine Chance für Spinnen. Das hat mir dann auch so einen kleinen Dämpfer versetzt. Weil ich weiß noch ganz genau, das allererste Mal Skyrim. So, ich gehe nichts an durch diese Höhle und plötzlich fällt die Spinnen runter. Juhu. Toll. Ich hasse Spinnen. Die Spinnen auf dem Cover hätte mir damals eigentlich alles sagen müssen. Ich habe mir aber das Cover irgendwie nicht angekündigt. Der hat immer geil. Skyrim. Dass da nur Spinnen drauf ist. Das habe ich irgendwie... Das wollte ich vielleicht auch einfach nicht sehen. Ich dachte, ich fange mir etwas zu. Das ist sehr schön. Das freut mich. Uwe, dass ich nicht so viele Spiele schaffe. Sagt mir, dass ich mein Leben noch im Griff habe. Hm. Ja, ich weiß, dass ich mein Leben schon lange nicht mehr... Das ist... Es ergleitet. Es ergleitet in die Wirklichkeit. Nein, das ist schlimm. Ich bin trotzdem noch viel draußen. Jetzt im Sommer habe ich zum Beispiel auch relativ viel draußen gesessen. Da habe ich dann meistens abends oder Nachtzeit wirklich... ...gezockt. Dann, wenn es draußen nicht mehr so schön war. Da habe ich mich dann im Sommer hingesetzt. Im Winter ist das schon eher so die Zeit, wo du dich ein bisschen verkiecht, einmummelst... ...und sagt... Lass... Lass... Lass das... Nee, ich gehe nicht raus. Ich will nicht. Es ist zu kalt. Habe ich gerade eben das wieder gedacht, wo ich draußen gestanden habe. So, nee. Wie ist das so kalt? Bleibt drin. Da gibt es in der Mitteleerde ganz viel, ja. Ich bin auch schon, äh... Ich sage jetzt mal mittelgroßen Spinnen begegnet. Das ist dann ungefähr, äh... Wo ich dann einmal komplett rausscrolle, so weit wie es geht. Es gibt noch ein paar witzige Clips, wo dann irgendwelche Spinnen plötzlich einfach so runterkrabbeln. War lustig. Für die anderen. Für mich in dem Moment nicht. Ich finde es super langweilig, dass die Gegner mitleveln. Das ist so öde. Ja, stimmt. Ja, stimmt. Weil ich meine... Ich glaube, ich habe dafür auch meine Mod gefunden. Aber die ging auch nicht mehr. Mod geht leider auch nicht mehr. Das für spiele ich anderen Clowns. Weil die haben einen unweilchen Padding Paper, die es erreicht, schon aus dem Target zu führen. Ja, das stimmt. Das stimmt. Ja, ich habe zur Zeit wieder so einen Serienfimmel, sage ich mal. Ich gucke zur Zeit wieder so recht viel Serien. Habe ich eine Zeit lang nicht getan. Jetzt zur Zeit. So sieht es übrigens aus, wenn ich Spinnen sehe und, ne? Wenn ich von Nahen ertrage. So weit wie es geht raus. Ist leider nicht weit genug, aber geht nicht anders. Irgendwie muss ich vor den... Vor den Spinnen fliehen. Nee, ich muss da hin. Ach ja, Serien. Ja. Ne, ominöse Serien. Wie die meistens über... mehrere Staffeln hinweg. Und irgendwie fängt man trotzdem immer zu neuen an. Ja, mit Spinnen ist echt schlimm. Mit Spinnen ist echt schlimm. Ich kann dir aber nicht sagen, warum. Das... Es ist irgendwann einfach so gekommen. Erkert mich ja selbst. Wobei, bei kleinen Spinnen geht es mittlerweile. Bei kleinen Spinnen geht es. Aber irgendwie... Es ist halt so dieser Ekel, wenn sich die Beinchen bewegen. in Filmen und Spielen dieses Geräusch... Wenn diese... Diese... Zangen einfach... Das ist nice. Die haben mir zu viele Augen, zu viele Beine. Und wenn ich dennoch sehe, dass die Viecher Haare haben... Es... Nein. Irgendwie ist das... Es ist nicht meins. Dann doch lieber Schlangen. Ich kuschel lieber mit der Schlange, als mit der Spinne. Und auch vor Schlangen habe ich Respekt. Respekt, aber keine Angst. Bei Spinnen, das ist irgendwie... Das ist aber artig. Ich bin hier mal... Soll ich mit Grounded spielen. Ja, dann weiß ich, was ich nicht spiele. Dann weiß ich, was ich nicht spiele. Ich will dich dann mal lieber vorwarten. Es wird schlimmer. Die werden größer... Und auch größere Anzahlen. Mhm. Danke für die Verhandlung. Ich habe jetzt was schief. Ich glaube, es gibt ja so einen Kankras-Schlachtzug, ne? Da habe ich zumindest gelesen, dass es irgendwie so einen Kankras-Schlachtzug geben soll. Vor dem habe ich schon Angst. Bei dem habe ich echt Angst. Das ist wirklich furchtbar. Das ist furchtbar. Ich konnte mir auch... Kankra konnte ich mir auch im Film nicht antun. Im Film war das furchtbar für mich. Vor allem, ich wusste sie, als ich das erste Mal den Film gesehen habe. Und meine Mutter nur so... Bist du dir sicher, dass du den dritten Teil schon sehen möchtest? Ja. Ich möchte den sehen. Mhm. Ich weiß, welche Stelle ich immer übersprungen habe bei Herr der Ringe. Das war eigentlich einfach abartig. Die ist eckerhaft riesige Viech. Boah. Buh. Nee. Die einzige Serie, die ist schon ewig schon... Das ewig schon... 2000er Smash. Oh Gott, das sagt überhaupt nichts. Ich gucke aber zu viele Serien. Die Zeit Walking Dead. Die Zeit habe ich... mit Walking Dead wieder angefangen. Bin jetzt, glaube ich, bei Staffel 8, Folge 2. Ich befürchte nur, dass... Sobald man die 11. Staffel auf Netflix vielleicht gucken kann, dass ich dann wahrscheinlich wieder von vorne gucke. In den 70ern. Ja gut. So alt bin ich noch. Ich bin 96er Jahrgang. Wie ist der zarte. 90er. Ich habe immer noch in der Form auf Nitro. Kann man sich bestimmt auch online angucken, oder? Gehe ich mal von aus. Ich weiß nicht. Was ich viel geguckt habe früher... Hör mal, wer da hämmert. Weiß nicht, ob das einer von euch kennt. Das habe ich früher sehr, sehr viel geguckt. Und Stargate. Stargate habe ich auch verdammt viel geguckt. Da habe ich, glaube ich, alle Staffeln. Zumindest vom Original Stargate. Da habe ich alle Staffeln. Alles, was danach kam. Da habe ich, glaube ich, nur eine. Von Atlantis. Müsste hier aber auch mal wieder gucken. Stargate habe ich durch. Ich glaube ich, Stargate war toll. Stargate war toll. Das war einfach, was ich jeden Tag gucken musste. Das war wirklich ein Muss für mich. Vor allem da waren es auch echt so einfach die Sprüche, ne? Das war da, Mann. Ich habe mich bei der letzten Folge in den Einschaltbooten. Da war es in den 80ern. Boah, nicht schlecht. Nicht schlecht. Kann ich auch mal anschauen. Jetzt habe ich auch gesehen. Danach habe ich auch gehört. Also ich habe echt... Für Stargate habe ich echt alles geguckt. Stargate Atlantis war noch so halb okay. Das war jetzt nicht schlecht. Aber irgendwie... Irgendwie fehlte halt was. Und dann gab es ja, glaube ich, noch irgendein... Irgendein Stargate-Ding. Ich weiß gar nicht, wie hieß das denn? Das Neueste, was es da dann gab. Da habe ich, glaube ich, nur den Trailer gesehen und habe gesagt, nein. Da habe ich mich geweigert. Wie kann ich euch zu Diensten sein? Universe, es stimmt. Universe. Da habe ich gesagt, nee, will ich nicht. Der Anfang ist recht anstrengend. Richtig Storyboards. Ich weiß, da geht es recht spät auf. Ja, aber das finde ich tatsächlich irgendwie... Irgendwie auch cool. Irgendwie war es gerade das, was mich dann so als Stargate gefesselt hatte immer. War... Ja, ich wundere, was war... Was kann ich für euch tun? Nee. Vielleicht gebe ich dem irgendwann nochmal irgendwann eine Chance. Was benötigt ihr? Wie kann ich euch zu Diensten sein? Aber ich glaube, ich bleibe lieber bei den guten alten Folgen. Ich grüße euch. Ist ja ähnlich wie mit den ganzen Kinderserien damals. Den Scheiß heute, der würde ich nicht mal meinen Kindern vorsetzen. Kann ich da irgendwas von benutzen? Das hier glaube ich. Ja. Ja. Ja, solche Sachen. Oder halt... Captain Baloo zum Beispiel. Also, halt aus meiner Zeit, ne. So Captain Baloo, Gummibärenbande. Die alten Biene Majas. Also Biene Maja-Folgen. Das ist heute eine neue... Scheiße Katze. Nee. Oder Ship & Shaps zum Beispiel auch. Das war so Serien, die haben mir gefallen. Das, das fand ich toll. Das hat mir so Spaß gemacht. Captain Future. Da habe ich glaube ich nur ganz, ganz wenig von gesehen. Captain Future. Ganz, ganz wenig. Ich will ja auch kaum noch daran erinnern. Ist gar nicht... Digimon habe ich auch sehr viel geguckt. Oder Scooby-Doo, Scooby-Doo habe ich auch sehr viel geguckt. Wie mochte ich dieses... Äh, Stargates, München. Die Gua-Ult, oder wie die hießen. Ja, Gua-Ult. Das... Das waren die Gua-Ult. Mit ihren komischen Larven, die sie da in ihrem Körpern hatten. Da bin ich aufgewachsen. Don't worry, Po... Ja, Poetien-Panther. Oh, Poetien war toll. Ich habe tatsächlich nach dem, äh... Nach Poetien-Panther habe ich tatsächlich meinen damaligen Kater benannt. Er war zwar nicht rosa, aber... Er war schwarz. Schwarz mit so... Weißen... Flecken manchmal. Also an manchen Stellen weiße Flecken. Den habe ich Poetien genannt. Nehmen wir das alles aus. Was ist das jetzt zwei? Äh, warte mal. Nachmittags Trickfilme liefen. Kein Hartz IV, ACTV. Ja. Ja. Damals habe ich die ACTV nur echt gern geguckt. Oder was es auch gab, waren die Powerpuff Girls. Powerpuff Girls habe ich auch sehr gern geguckt. Das war toll. Ist ACTV keine Ahnung, wenn sich sowas durchsetzt. Letzt trotz, ja. Ja, nicht wundern, mein Auto-Mod hat manchmal sehr komische Anwandlungen. Der blockt manchmal, an manchen Tagen mag er das Wort okay zum Beispiel nicht. Deswegen muss ich dann zwischendurch, oder einer, der muss immer mal einschreiten. Das ist echt... Das ist manchmal echt seltsam. Irgendwie... Dabei habe ich ihn schon sehr harmlos eingestellt. Das ist echt harmlos. Aber da... Ja, aber warum sich sowas halt durchgesetzt hat. Genauso wie diese... Ich weiß gar nicht. Ich kenne nur teilweise den Namen. Ich habe irgendwann... RTL 2 hat gar nicht mehr angemacht. Weil es war halt alles so doch scheiße. Ich glaube, es gab auch mal so eine Serie oder Sendung, wo sich dann da alle halb... Oder nackt da hinstellen mussten. Und das... Zu Zeiten, wo halt die Kinder da ja noch dran sitzen. So viel ich mich frage. Hallo, Leute? Das ist auch einer der Gründe, warum wir kein Fernsehen mehr haben. Also, wir haben zwar noch ein Fernsehen hier stehen, aber wir haben kein TV-Programm mehr. Weil es läuft halt eh nur noch scheiße. Und das, was man gucken kann, das kann man auch sich entweder dann selber kaufen. Oder halt über Netflix und Co. Weil... Ich frage mich halt auch immer, wer guckt sich diesen ganzen Mist an? Und in den meisten Sendungen geht es dann halt sowieso nur um... Entweder darum, dass irgendjemand irgendwen anders betrügt. Mit den Leuten in die Kiste steigt. Oder keine Ahnung. Wer guckt sowas? Das ist doch noch nicht mal... Nein. Ich finde es furchtbar. Ich meine gut, jedem das sei, ne? Es gibt scheinbar genug Leute, die sich das angucken. Sonst würde es das ja nicht im Fernsehen geben, aber... Ich frage mich immer, warum. Warum? Das ist doch... Das ist doch nicht schön. Da gucke ich mir ja fast sogar lieber hier sowas... Wie ALD und ZDF an. Selbst das ist noch besser als RTL 2. Oder lieber Fußball. Selbst Fußball ist besser. Alles ist besser als das. Weil diese ganzen alten Disney-Serien, die es früher gab. Die waren auch noch toll. Jetzt die alten Kinder-Serien sind. Naja. Gewöhnungsbedürftig, sag ich mal. Oder wenn der Leute nichts mal einfällt, einfach alles neu machen. Dann sag ich... Hier, guck mal. Sieht so nett aus. Das hat überhaupt nichts mehr mit dem Original zu tun. Muss ich da jetzt echt einfach einmal durch? Aber jetzt war es für uns noch eine gute Serien-Sendung. Heute kannst du es keinem mehr anziehen. Ist echt so. Ist echt so. Wie gesagt, da kaufe ich lieber... ...die DVDs oder Blu-rays von alten Serien... ...und jetzt ziehen meinen Kindern dann später vor. Wenn sie denn dann bei Fernsehen wollten. Anstatt dass ich denn den heutigen Best-Aber präsentiere. Oh, unseren Kindern. Komm schon, das ist ja gerade die Lüge. Also... Ne. Also... Nein. 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 Klar, es entwickelt sich alles irgendwie weiter. Aber das ist doch... Ne. Lass mich gleich den Puls vorsetzen, dann wollen sie nichts anderes mehr schauen. Lass mich jetzt hier ernsthaft einmal durchs komplette Lager dümpeln. Komm mir ernst. Netze, es gibt sogar keine kleine Karte. Boah, das dauert doch eine halbe Ewigkeit. Ist es klug, wenn ich einfach durchreite? Ich habe mit meinen Kindern letztens die alten Cartoons von Geschichten aus der Gruft geguckt. Die waren super. Da kann man am Ende wenigstens in den Morawi zum Beispiel, dass man nicht lügen oder klauen soll. Eben. Eben. Vor allem Geschichten aus der Gruft waren mega cool, fand ich früher. Oder heute noch. Ich gucke die ganzen alten Serien würde ich heute noch gucken. Zum Beispiel, ähm... Balou und seine Crew oder Chip und Shep haben wir zum Beispiel die DVDs. Das war wesentlich doch... Das war doch gut. Ich versuche es einfach, wenn ich sterbe. Dann weiß ich das jetzt nicht nochmal tue. Einen wunderschönen guten Abend wünsche ich. Ich hoffe, es geht dir gut. Ich muss leider gerade erst mal ganz kurz darauf achten. Sobald wir wieder in Sicherheit sind, kann ich wieder mehr auf den Schett achten. Und hoffen auch, dass ich hier heile durchkomme. Oh Gott. Oh, der ist 40. Upsala. Wir rennen einfach durch. Wir rennen aber durch. Ihr seht mich nicht. Ich bin gar nicht da. Ich bin nicht hier. N-n-n. Ach, Quatsch. Das will ich ja gar nicht. Puh, so. Halb in Sicherheit. Lieb doch. Mir ja. Ja, mir soweit auch. Mir soweit auch. Mich von der Kälte draußen erholt. Sag mal so. Das Schöne an der Sache ist, dass die heutige Jugend bzw. Kinder gefühlt allen Zugriff haben. Ja. Ist auch so. Ist auch so. Wobei ich manchmal mich auch frage, ob die Eltern da halt überhaupt noch drauf achten. Ich glaube, für die meisten Eltern, das ist halt wirklich einfach so, ne? Fernseher an oder Handy an. Kind vorsetzen. Keine Probleme mehr. Ich glaube, das denken sich viele Eltern. Nicht alle, um Gottes Willen. Aber sehr, sehr viele. Wenn ich mir heute, warte, wann war das? Letzten Freitag. Dann bin ich das erste Mal nach Jahren wieder mit Öffis gefahren. Und da waren auch einige Schulkinder mit drin. Und da dachte ich mir auch nur so. Ihr habt irgendwie einen Sockenschuss. Das muss ich echt versagen. Das ist echt furchtbar. Und auch wenn ich mir zum Beispiel meine Schwester mal angucke. Da denke ich mir dann auch so. Okay. Hätte ich so gewisse Sachen damals gemacht, ich hätte so den Arsch vorgekriegt. Genauso wie wenn ich den ganzen Tag vor dem Fernseher gesessen hätte. Das durfte ich gar nicht. Gut, wollte ich auch gar nicht. Davon ganz abgesehen. Aber. Nee. Nee. Ich meine, die dürfen ja mit fünf Jahren kriegen sie schon ihr Smartphone in die Hand. Wo die Eltern sagen, hier, mach mal. Und so blöd sind Kinder nicht. Die können auch einen Code knacken. Irgendwie. Binden das auch trotzdem irgendwie raus. Die Kindersicherung. Wenn es denn alle gibt. Davon ganz abgesehen. Ah, ihr beiden gehört zusammen. Ja, da wird dann hier ein Schuh raus. Ich habe mit den Squid Game wieder die Kids auch noch gar nicht, warum wir Erwachsene was dagegen haben. Ja, stimmt. Da hatten wir uns gerade drüber unterhalten, ne? Harrods? Da hatten wir uns gerade erst drüber unterhalten. Wie ist Squid Game. Ich habe mir das übrigens bis jetzt noch nicht angeguckt. Weil ich das tatsächlich als Schwachsinn empfinde. Irgendwie. Nee. Das mochte ich irgendwie nicht. Der Trailer hat mich abgestoßen. Meine Tochter hat mit 9 Jahren nicht mein Handy. Ich habe mit, mein erstes Handy habe ich mit 12 oder 13 bekommen. Und das war halt auch wirklich, damals gab es schon so die ersten, oder Anfänge der Smartphones. Und meins war wirklich halt durch dieses uralte Tastenhandy. Einfach nur, damit ich im Notfall anrufen konnte. Ich hatte, glaube ich, 20 Euro oder 10 Euro Guthaben drauf. Das hat für einen Monat gereicht. So. Und damit musste ich leben. Während alle anderen dann schon mit ihren teuren Handys rumgespielt haben. Weil mir da auch gedacht haben, das brauche ich doch gar nicht. Wenn ich Musik will und will, kann ich auch auf dem MP3-Player oder halt zu Hause CD-Player. Brauche ich mein Handy nicht. Ich verstehe da auch einige Eltern tatsächlich nicht. Wie die... Nee. Das erschließt sich mir nicht. Anders gesagt, mit 11 oder 12 Füßens. Ja. Ich meine, da ist es dann halt wirklich okay, wenn die Kinder dann nochmal ein bisschen länger wegbleiben. Und dann einfach mal sagen können, ey, Mama, Papa, bin doch noch ein bisschen länger weg. So, ich glaube, was dazwischen. Oder könnt ihr mich abholen? Oder keine Ahnung. Dafür ist es dann halt echt gut. Aber ich gebe meinem Kind doch nicht mit 5 Jahren. Nur damit ich meine Ruhe habe, so ein scheiß Smartphone. Wo kommen wir denn da hin? Bin ich unmöglich, sowas? Bin ich jetzt hier richtig? Nee, immer noch nicht. Bin wieder irgendwas ausgeschaltet hier. Doch, ich bin richtig. Oh, Gott sei Dank. Ja, doch, ja. Ich bin richtig. Ich bin am Ziel angekommen. Sehr schön. Also, dass halt die Kids nicht mehr nur die Spiele nachspielen, sondern halt auch die Szenen, wo die Leute erschossen wurden und so. Boah, das ist heftig. Das ist echt heftig. Spiele nachspielen ist die eine Sache. Das mit dem Erschießen finde ich krass. Und das so ausufert und so schlimmer. Vor allem, was lernen dann die Kinder davon? Wahrscheinlich, dass Schießen in Ordnung ist, dass es okay ist, wenn man andere rumbringt. Das finde ich unmöglich. Mein erstes Handy hatte ich erst mit 18. 1998. Trotzdem auch noch voll okay. Ich hätte auch damit leben können, wenn ich erst mit 18 Handy gekriegt hätte. Hätte ich auch voll okay gefunden. Ich finde, das brauchen keine Kinder. Sofern so, sofern die Zeit halt dementsprechend ist. Das ist halt kein, kein großes, protziges, zumindest nicht das neueste iPhone. Das Tasten-Handy reicht. Das alte. Mein Gott. Hier ist halt auch gerade die Reserung, bevor ich mich gleich umziehen darf. Ein bisschen Fernsehen ist ja auch in Ordnung. Aber jetzt nicht 5, 6, 7 Stunden am Stück hintereinander weggucken. Und einen kompletten Tunnelblick haben. Also, ich habe ja auch Fernsehen geguckt. Ich durfte bei meinen Großeltern nachmittags, eineinhalb Stunden durfte ich. So, wenn die sich dann ausgeruht hatten nach dem Mittagessen, da durfte ich dann Fernsehen gucken. Und abends mit denen zusammen. Aber auch erst ab einem gewissen Alter. Und, ja. Mehr wollte ich aber auch gar nicht. Wir waren viel draußen. Ansonsten habe ich mich dann mit meinen Barbie-Puppen oder mit meinem Playmobil hingesetzt und allein gespielt. So, kam wunderbar ohne elektrische Geräte, klar. Ich glaube, meinen allerersten Fernseher hatte ich zwar mit 8 oder 9, durfte aber nur eine Stunde ran. Danach musste ich halt versprechen, dass ich den ausmache. Die Zimmertür musste auch offen bleiben, ne? Damit es geguckt wird. Ich habe den Fernseher aber nie angemacht. Ich habe den einmal für meine Serie, die ich nach der Schule geguckt habe, angemacht. Dann, glaube ich, danach noch eine geguckt und dann habe ich den auch wieder ausgemacht. Bis ich dann meine Konsolen gekriegt habe. Aber selbst da hielt sich das in Grenzen. Das ist doch eher schlimmer geworden mit 15, 16. Proton, Hallöchen. Auf dir einen wunderschönen Abend. So. Da ist der Steilmeister. Das ist das Erste, was ich mache. Steilmeister. Was benötigt ihr? Lass mich raten. Hier gibt es dann wieder die ganzen Gruppendinger. Rüchtig. Könnte sein, ne? Ich grüße euch. Bleibt ein Moment. Wenn das jetzt aber trotzdem Gruppenaufgaben sind, mag ich das trotzdem nicht. Das sind wiederholbare Aufgaben. Habe ich Bock auf wiederholbare Aufgaben? Eigentlich... Ich brauche die eigentlich nicht, ne? Ich habe ja gut. Überleg mir das noch. Du wirst dem Morda so leiden, wenn die Mängeln spinnen, um dich rumwuseln. Oh, hör auf. Jetzt möchte ich... Ganz ehrlich, jetzt möchte ich nicht mehr nach Morda. Jetzt würde ich... Jetzt will ich nicht mehr. Mein Sohn ist in Klasse 4 und der hat bis heute kein Handy. Warum auch? Die Kinder haben 5 bis 7 Minuten Schulweg und fast den Heimweg kann ich vom Gamefresser sehen. Kinder in der Klasse haben teils ein iPhone. Das verstehe ich halt nicht. So ein altes Handy, okay. Kann ich mit dir hin. Aber kein iPhone. Im Grunde haben wir auch als Kinderkobel den Jada gespielt. Das ist im Grunde auch nichts anderes. Da wird nachgespielt, wie ein ganzes Völk ausgerottet wird. Ich muss da... Ich weiß gar nicht. Gut, Herr der Ringe habe ich auch nachgespielt als Kind. Aber ich habe tatsächlich in den Sachen, die ich nachgespielt habe, soweit ich mich erinnern kann. Soweit ich mich wirklich bestens, bestens erinnern kann. Ich habe tatsächlich nie jemanden umgebracht. Ich glaube, in den Geschichten, die ich dann nachgespielt habe, habe ich sie, glaube ich, nur K.O. gehauen. Und sie sind am Ende wieder aufgestanden. Das war, glaube ich, das Einzige. Woran ich mich wirklich erinnern kann. Es kann auch sein, dass da nur andere Sachen waren. Ist Jahre her. Aber so das, woran ich mich erinnern kann, meine ich, war ich da, glaube ich, gar nicht so. Ja, was ich auch viel gespielt habe, war Dinosaurier. Da bin ich dann aber selbst gestorben. Ne, weil Asteroid, Erde und so. Dann kaboom. Das habe ich viel nachgespielt. Warum? Ich weiß es. Ich hatte ein Dino-Fable. Dinos waren toll. Ich bin zurück. Willkommen zurück, Iron. Willkommen zurück. Bei uns auch so. Sie schaut über ihr Fernseher, PS4, Serien und von 19.30 wird sich beschwerlich gemacht. Ja, und das ist voll... Das finde ich voll in Ordnung. Das finde ich voll in Ordnung. Würde ich bei unseren Kindern halt genauso machen. Ab einem gewissen Alter natürlich. So, da spricht auch nichts gegen. Auch so eine Stunde oder zwei Stunden Zlocken am Tag ist auch okay, aber nicht die ganze Zeit. Ich meine, was Erwachsene dann... Was machen, wenn sie älter sind, ist deren Sache. Dann können sie machen, was sie wollen. Kann keiner mehr sagen, hier, du, du, du. Aber ich sag mal, solange die Kinder ihre Füße unter unserem Tisch haben... Nö. Nö. Ich habe mich auch dran gehalten. Ich bin auch groß geworden. Ohne, dass ich sage, ja, ihr habt mir aber dessen, das verbieten. Gut, bei mir war es halt blöd. Ich durfte halt, oder konnte halt in der Stadt, weil wir halt wirklich in der Stadt gelebt haben, durfte ich halt nie allein raus. War halt das Blöde. Dafür bin ich halt mit meinen Großeltern viel draußen gewesen. Da waren wir jeden Tag locker sieben Stunden draußen. Sieben, acht Stunden. Ob im Garten oder wandern oder keine Ahnung. Wir waren immer draußen. Moria, Buch der Taten. Oh Gott. Hör mir auf mit Buch der Taten. Ich muss nur einiges im Buch der Taten machen. Ich hänge zurück. Ich habe Auenland fertig. Breland muss ich noch machen. Ähm, Eretl-Luin habe ich fertig. Einsame Lande muss ich noch machen. Nordhöhen. Äh, ja gut, Trollhöhen. Da muss ich dann noch weitermachen. Äh, ich wende. Hör bloß auf. Hier ist kein Elterntreff. Hier tummeln sich jetzt halt die Erwachsenen, Hybris. Äh, wir können natürlich auch die ganze Zeit jetzt fachstimpeln, äh, in welchen Gebieten die Spinnen in Lothro groß sind. Können wir auch machen. Das finde ich jetzt allerdings auch nicht so prickelnd. Da darf ich nicht mehr über Kitter reden. Als Spinnen, da bin ich dann auch, jetzt, da flüchte ich dann. Ich bin gerade auch eher am überlegen, ob ich hier die Aufgaben annehme. Weil eigentlich mache ich das immer nur, um den Ruf vollzukriegen. Aber mein Ruf ist voll. Ich glaube, ich habe gar keinen Bock, das Gebiet, also die Ecke hier zu machen. Ähm, ja, das ist mein Main. Ich habe gesehen. Gut, in den Eretl-Luin habe ich als Hoch-App ja hier unten gestartet. Ähm, das hier habe ich halt alles komplett durchgemacht, die Eretl-Luin. Und das Auenland habe ich schon gesehen. Glücklicherweise bin ich durchgegangen. Habe ich auch soweit fertig. Äh, Breland. Soweit auch außer den Wildwald. Da war ich noch nicht. Kommt noch. Ähm, gut, im großen Hügelgrab, in den Hügelgripperhöhren war ich noch nicht. Ansonsten. So, wer kämpft dagegen? Irgendwen. Ich hoffe, ich bin nicht die, die gleich stirbt. Äh, gut, da muss ich noch eine Quest abgeben. Deswegen würde ich dann irgendwie, aber so zurück, das so eine Schleife machen. Ähm. Dann in den Einsamlanden war ich, glaube ich, überall. Dann muss ich nur hier oben, wo diese Gruppenaufgaben sind. Das mache ich dann mit der Gilde. Äh, die Nordhöhen habe ich gesehen. Da muss ich aber nur noch vor Nost hin. Mache ich aber auch mit der Gilde. Und da muss ich scheinbar noch irgendwas abgeben. Dass auch immer das schon wieder ist. Und ja, jetzt die Wände. Weiter bin ich noch nicht. Ist auch mein erster, erster richtiger Run, den ich jetzt mache. Wir können nichts dafür, dass du nur ein Kleinkind bist. Dachte ich jetzt, das Treffen der anonymen Alkis. Nein, Frischitz. Nein. Aus. Geh zurück nach der Ecke. Nein. Wobei ich auch am überlegen war, ob ich mir, äh, was, äh, nur was anderes zu trinken hole. Aber vielleicht nachher. Vielleicht trinke ich nachher mit frisches Nochenbierchen. Wenn er noch möchte. Äh, wer weiß, glaube ich, 120er. Äh, 45er. Ah, 45er. Okay. Ja, 45er dauert noch ein bisschen, glaube ich. Ich, ich, ich habe hier so eine Liste rausgesucht, na, ne, wo es so verschiedene Gebiete aufgelistet sind mit den jeweiligen Leveln. Oder Wild, weil der jetzt genau war, weiß ich nicht mehr. Corona kam und wir haben keinen Garten. Ja, Spielplätze da auch dicht zu machen. Wir wohnen in einer Stadt. Auto nicht fahren, also was macht man mit dem Kind? Ich würde dann halt mit der Konsole und seinen, äh, Serien schauen. Dass ich es wieder rausgekommen, ist etwas schwer. Ja, das glaube ich. Das glaube ich aufs Wort. Gut, Corona war jetzt ja auch ein, ein Fall, womit man dann ja so mit dem Ausmaß dann nicht ganz gerechnet hat. Ist dann schon verständlich, wenn man in der Stadt wohnt und keine Auto hat. Aber, ja. Da, da ging es dann ja wirklich nicht anders. Vor allem, wenn ihr, ne, wenn ihr dann ja auch noch arbeiten musstet oder halt alle Eltern arbeiten mussten. Entweder von Homeoffice oder. dann doch zur Arbeit ist das, ja, ist, 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 es war nicht einfach. Das glaube ich. Und als die Schulen dann ja auch noch dicht waren, dann war das Geschrei groß. Nennen, na, hybrid. Vorschuss, ich wurde mit der Flasche aufgezogen. Oh Gott, Leute. Also. Ja. So. 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 Bis zum nächsten Mal.